Der Prinz und die Prinzessin auf ihrem Wettbewerb, Dan. Der Kontakt läuft über einen gemeinsamen Freund. Er sagt, sie möchte ihre wahre Geschichte veröffentlichen. Dafür will sie einen professionellen Autor. Mich! Hallo Noah. Ich bin's wieder. Ihre treue Freundin. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nie schlafen. Ich finde einfach nicht die innere Ruhe.